Der VIP BILT THE RIDGES LOCK Hi, hier ist Franky von den Casino News. Der VIP BILT THE RIDGES LOCK ist ein klassischer Videospielautomat von Booming Games. Das Spiel ist ein moderner Klassiker. Alle 5 Walzen und 3 Reihen sowie die 10 festen Gewinnlinien des Plots vermitteln Luxus, Vermögen und Glück. Die Walzen sind vollgepackt mit Luxusgegenständen, wie einen Jet, einen Ressort aus Gold, einen Sportwagen, eine Champagnerflasche und ein Schnellboot sowie Spielkartensymbole. Wollen wir mal ein Schattenwerk für Sie das Walzsymbol des Spiels? Hier ist ein Multiplier-Pengel in Verbindung mit Walz einen großen Gewinn bis zum 50-Facher deines Einsatzes. Am Ende kann das Spiel rund um das Thema Geldtups und Reichtum einen Koffer prallvoll mit nicht weniger als 80.000 Coins bringen. Das Ketter-Symbol, die Champagnerflasche wird die LID FILT THE RIDGES FRESHPINS aktivieren. Am Ende des Jahres Habt Ihr dieses Video gefallen? dann like es, du ihm einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gaminges gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank.